Willkommen zurück zu Spyro. Ja, im letzten Part war ja leider mit dem Fluglevel nicht so gut. Und der Part davor war ja auch schon Fluglevel der halbe. Naja, vielleicht mache ich es offscreen oder ich hebe mir das auf und am Ende vielleicht noch, bevor wir dann den Endboss, dass wir dann vielleicht nochmal an die Fluglevel, oder dass ich privat vielleicht ein bisschen übe. Na mal sehen, so komme ich hier hoch. Warum komme ich hier nicht hoch? Du schuld. Naja, weil es hier eine niedrige Stufe gibt. Ein Irrer. Habt ihr gerade gesehen? Was sind denn das für Typen? Die kriegen von der Koch-Tussi eine auf den Arsch. Und ja. Hallo? Seid ihr doof? Muss man anscheinend nur ausweichen. Hm. So, hier oben ist noch was. Immerhin Zehner. Wenn der Mau gehen würde hier. Dankeschön. So, Lady. Sie müssen hier aus dem Weg. Kommen da noch mehr von denen? Kommen noch mehr. Ja. Was ist der jetzt? Das sind irre. Du, was ist das? Boah, die schickt gleich drei los. Ah, die kann ich weg. Die kann ich so weg. Alles klar. Okay. Den Stein noch. Keine Lust, naja, später nochmal runter zu springen. Den noch. So, hier war ja nichts. Hier kann ich hochfliegen, aber wie kriege ich denn den Schlüssel? Ah, hier stehst du versteckt in der Ecke. So. Geht's da auch noch rum. Man muss hier echt in jeder kleinsten Ecke nachsehen. Und hier kann man auch hoch. Ähm. Geh ich jetzt mal hoch. Aha. Okay, da könnte ich doch jetzt eigentlich... Da hin. Aber hätte ich auch von da gekonnt. Ich mach mal hier erst. Ah, hier geht's glaube ich weiter. Dann holen wir uns doch erstmal den Schlüssel. Ich hab gesagt, wir holen uns jetzt den Schlüssel. Spyro. Da musst du nicht wieder, ne? Habt ihr gesehen? Hm, da oben ist ja auch noch was. Ach, da muss ich hinfliegen. Und dann vielleicht noch da. Das kann sein. Dann geh ich doch hier lieber rauf. Hab ich gar nicht gesehen. Darüber. Ein 25er. Lila. Oh, ich hab ich am liebsten. Oh, das ist ganz schön schief. So, und jetzt hier hin. Nein, zuzeitig. Oh, nö. Oh, jetzt sind die ganzen Bekloppten wieder da. Oh, jetzt hat die mir eine gelangt. Jetzt ist aber gut hier. Na gut, sammeln wir halt wieder ein bisschen. Einer habe ich schon gekriegt. Weg hier. Jetzt kommt wieder ein Irrer. Wah, 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 kann ich auch schreien. Ah, von der? Die gelangt mir zwar eine, aber kriegt keinen Schaden. Danke für den Schmetterling. So. Jetzt nochmal. Ähm, da muss ich doch jetzt hier rüber, ne? Oder Moment, ich probiere mal aus. Ich glaube, ich komme von hier auch dahin. Ist ja höher gelegen. Ja, du hast kein gutes Augenmaß, mein Freund. Damit meine ich mich selber. Ich will einfach nicht zu weit hinaus dran. Aber jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Und beim dritten Mal klappt es natürlich. Ist ja klar. Sag ich ja. Beim dritten Mal forever. Aber die dicke Tante da hinten, die wäre ich jetzt aus reinster Bosheit weg. So. Jetzt geht es hier oben weiter. Drachen. Tronto? Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Mhm. Von wem hat er geredet? Mhm. Ach, von denen er oben. Okay. Äh. Ja, ich möchte dann erst mal... ...da hin. Ah, und dann kommen wir auch zu der Dicken darüber. Dankeschön. Ich schätze mal, zurückkomme ich da jetzt nicht mehr. Oder war da noch was? Ich denke mal hier... Ähm... Ne. Das ist zu niedrig gelegen. Was sagt er? Du oder you? Du? You? Oder nur... Äh? Ja, ja. Ist ja gut. Ich komme gleich. Ich muss erst mal hier gucken, dass es hier irgendwas gibt. Hm. Das ist wieder einer. Den muss ich... Aha. Was ist mit dem? Ach, den muss ich den Arsch verbrennen. Aber trifft er mich jetzt nochmal? Das wäre nicht so gut. So, ich gucke erst mal am Außenring hier. Fall ja, nicht runter. Aber hier ist meistens nichts, ne? Hier auch nicht. Ne. Ne. Umloch. Hä? Zeigt er sein. Umloch. Hat er mich wieder getroffen? Alter, ich bin gleich tot. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Jetzt hat es mich erwischt. Ah, wir landen hier. Bei ihm gleich. Okay. Dann ist ja gut. Gut. Nein. Mach ich. Verdammt. Es ist auch so wenig Platz. Mist. Ah, man muss den also am Popo treffen. Jetzt haben wir wenigstens noch zweimal halten wir noch aus für das dritte Mal. So. Jawohl. Boah. Ich dachte schon, man weiß, was er jetzt macht. Das hat ja gut funktioniert. Das hat ja gut funktioniert. Das ist ja auch wieder toll, hier. Und da müsste der Rest jetzt drin sein. 25. Und? Ja, genau. 25. Oh. Nicht da so. Nach da komme ich nicht rüber. Muss ich außen nochmal rum. Aber ich könnte von hier aus da hin fliegen. Und dann Ich weiß ja nicht, ob das jetzt zu wenn man jetzt 100% oder 120 macht ob das dazugehört, dass man wirklich immer bei dem Ausgang da raus geht und nicht verlassen einfach So, haben wir jetzt hier alles. Wir kontrollieren es mal vorher noch. 300 von 300 und 1 von 1. Ja, hier bei dem Fluglevel habe ich wenigstens noch die 180 Dingskristalle gekriegt oder Edelsteine. Naja. Okay, ab nach Hause. So, jetzt heißt es auch schon in die dritte Welt. Ja. Das war die zweite Welt. Mehr Welten gibt es hier nicht. Oder? Ach doch, eine gibt es noch. Ich habe nur eine. Eine habe ich noch vergessen. Und zwar die hier unten. Habe ich schon ganz vergessen. Die gab es ja auch noch. Na, Moment. Musste gerade husten. Ein Eislevel. Na, das kenne ich natürlich auch schon. Und das ist ziemlich auch raffiniert mit Verstecke. Könnte ich eigentlich gleich jetzt hier Oh, einen kleinen Moment. So, irgendwas hat gerade in meinem Hals gekratzt ohne Ende. Ja, dann müsste ich aber trotzdem den Weg hier. Aber ich müsste sonst nachher wieder komplett zurück. Geht nämlich darum eine Stelle, wo man absolut nicht weiß wie man da hinkommen sollte Ähm Ja gut, dann gehen wir halt nochmal hier zurück Hier Um die Ecke fliegen Drei Leben am Anfang kriegen ist doch richtig gut So, und jetzt kann man nur Man kann nur hier hin Ja, das sind ja Und da ist noch ein Leben Geh mal weg Jetzt müssen wir uns erstmal wieder bis zum Anfang durchkämpfen Mh, da war nichts Glaub ich Ne, hier war nichts Nur er hier Der droht Ich drohe dir auch gleich Die Ene Die wird nicht gedroht So, dann war hier Das Zuhause War das hier mit Die fiesen Ja Die fiesen Ja, und hier soll es zeigen Dass man hier raufklettern kann So, ich nehme mal den Drachen Und dann gehe ich aber erstmal den Weg zurück Asha Danke, dass du mich befreit hast Oder Esha Oder, keine Ahnung So Bitte, bitte Keine Ursache Oder komme ich hier überhaupt zum Anfang zurück Moment Das muss ich erstmal überlegen Ähm Wieso habe ich das Leben hier liegen lassen Bloß gut, dass ich hier nochmal gucken gegangen bin Moment mal Ach Ne, ne, ne Gut Ich muss hier erstmal lang Oder Hier ging es zurück Genau Genau Das hast du dir aber gedacht Hat mir trotzdem Hat der einen Stein fallen lassen Oder habe ich den schon gekriegt Hör auf zu drohen Ah, da hinten noch Zwei So, ja genau Hier gehen wir nämlich zurück Äh Zum Anfang Was war hier nochmal Auf jeden Fall Auf jeden Fall ein Drache Ich kann noch überspringen Da ewig Da ewig andauernd reinfliege Das wäre jetzt nicht so gut Waren hier nicht immer Fledermäuse Ich hör sie doch Ich hör sie doch Ah, hier kann man die Bälle Ah, hier kann man sich gleich machen Und ja schon wieder bei Das will ich aber jetzt so schaffen Wieso falle ich da immer runter Ist doch ganz einfach hier hin zu kommen So Ja, dann sag ich mal Tschüss bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Spyro Und vielen Dank fürs Zuschauen Ciao